Wenn ich so viel Geld habe wie der Rocha Federer, würde ich auf meinem Schulhausplatz alles begrünen, dass es nicht mehr so viel Beton hat, ganz viele Bäume abpflanzen, dass Tiere Platz haben und sich auch wohlfühlen. Ich finde es lässig, dass ganz viele Kinder einfach verbunden sind, weil sie draussen spielen. Das ist so, wie man abmachen würde, aber nicht so richtig, weil sie dürfen ja alle mitspielen. Ich habe hier eine solche Gemeinschaft gegründet und man kann mit ihnen dann ganz viele rustige Spiele spielen. Das ist wie eigentlich eine Turnstunde. Es ist schon mega cool, dass wir viel mehr draussen lernen und manchmal machen wir Mathe draussen. Wir sind Teil der Natur und unser Pausenplatz sollte so sein, dass wir das wirklich jeden Tag spüren. Damit nicht so gut auf alle reinigen. Ich liebe es, dass wir fünfmalig werden, also zwei Gehe часencióneln stellen und nicht nur den Tag geht, Aber das ist ja schon wieder leicht, weil wir die Nachricht coincide, und wir sind hier bei uns. Und da genau die Nachricht liegt. Ich komme centralized. Wir sind so gut auf alle Bons unemployment, Wir sind die, die Verkauf uns, was wir auch noch nicht wirklich aufmerksam, Wir sind die Chute, wir sind in drei Minuten. Vielen Dank.